Willkommen zu einem neuen Video zum Thema Fußgesundheit. Wir haben uns ja schon die letzten drei Wochen mit unseren Füßen beschäftigt. Wir haben die Füße mobilisiert, haben versucht mehr barfuß unterwegs zu sein und haben letzte Woche die Muskeln gedehnt. Die ganze Playlist verlinke ich dir hier oben, falls du die Videos verpasst hast. Falls du in Zukunft kein Video mehr verpassen magst, einfach unten den Kanal abonnieren. Dann bekommst du eine Benachrichtigung, wann immer ich ein Video hochlade. Diese Woche wird es sich um das Thema Schuhe drehen. Auch wieder mehr ein Informationsvideo und kein Übungsvideo. Es ist so, dass wenn wir Schuhe tragen, die diesen Übungen, die wir machen, entgegenwirken, so viele Übungen können wir gar nicht machen, um das auszugleichen. Und deswegen, die meisten Schuhe, die wir so haben, werden mehr nach dem Aussehen ausgewählt. Aber wenn man ein bisschen darauf achtet, es müssen jetzt auch keine teuren Barfußschuhe sein, sondern einfach schauen, was tut meinen Füßen gut. Wichtig ist einmal, dass die Schuhe hinten und vorne genau gleich hoch sind. Wenn die Schuhe hinten höher sind, also einen Absatz haben, was fast alle Schuhe haben, das müssen keine hochhärkigen Schuhe sein, auch ganz normale Sneakers sind meistens hinten ein bisschen höher als vorne. Kannst du dir vorstellen, du stehst die ganze Zeit, als wärst du so ein bisschen bergab. Dann hast du dein ganzes Gewicht vorne in den Zehenballen. Der Winkel im Knöchel ist ein ganz anderer. Das verändert deine ganze Geometrie. Außerdem sind die meisten Schuhe vorne eng zusammen. Wir haben jetzt in allen Videos immer die Zehen gespreizt, um wieder mehr Platz zu bekommen. Und im Idealfall kannst du diese Bewegung auch in deinen Schuhen machen. Also jetzt haben wir schon flach und so, dass wir die Zehen spreizen können. Und beim Barfußlaufen hast du ja gemerkt, oh, mein Fuß bewegt sich ganz viel, passt sich an die Untergründe an. Wenn du jetzt einen Schuh mit einer festen Sohle trägst, funktionieren diese ganzen kleinen Bewegungen nicht. Also kannst du vielleicht mal in deinem Schuhschrank schauen oder beim nächsten Schuh kaufen, ob du ein paar Schuhe hast, die flexibel sind. Das sind die drei Punkte, die ich dir dort mit auf den Weg geben möchte. Vorne und hinten gleich hoch. Sohle flexibel. Und vorne breit genug, dass du die Zehen spreizen kannst. Falls dich da noch mehr interessiert, es gibt noch mehr Kategorien, was ein Barfußschuh so alles erfüllen muss. Aber das sind meiner Meinung nach die wichtigsten. Schau mal in deinem Schuhschrank nach, vielleicht findet sich was. Und ansonsten einfach häufiger die Schuhe ausziehen und besonders jetzt im Sommer das Barfußgehen genießen. Nächste Woche gibt es nochmal eine Kräftigungssequenz. Also da wieder einschalten. Bis nächsten Samstag.